Und damit Willkommen in Verdun. Ich hatte mir gedacht, wo ich letztens ja so einen kleinen Überblick über die Klassen gegeben habe der Mittelmächte, habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze nochmal für die Entente. Die hatte ich mir zum letzten Zeitpunkt noch nicht angesehen, beziehungsweise noch nicht dazu gemacht, weil ich die zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt hatte. Das hat sich jetzt geändert, wie ihr hier an den zugegeben noch relativ geringen Zahlen sehen könnt. Ich habe mir mal die ganzen Klassen angeguckt, die ganzen Waffen dazu und werde jetzt so ein bisschen meine Meinung abgeben. Wir fangen an mit den Chancers Alpin. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich kann kein Parisisch. Und zwar haben wir als erstes hier den französischen Revolver. Den mochte ich nicht so gerne, denn der ist Double Action. Der ist relativ langsam beim Abfeuern. Er ist allerdings ein bisschen schneller nachzuladen als der Reichsrevolver, denn dort lässt sich bereits die Trommel ausschwenken. Man benutzt allerdings keinen Schnelllader und deswegen fand ich den ein bisschen langsam. Diese Berthier-Gewehre bei den Franzosen, die finde ich überhaupt nicht gut. Das sieht nämlich so aus, dass sie mit Laderahmen nachgeladen werden, das heißt mit einer Ladehilfe, welche in der Waffe bleibt. Das bedeutet, man kann hier im Spiel die Waffe nicht nachladen, wenn sie nicht ganz leer geschossen ist. Und diese Laderahmen für die meisten Berthiers, die haben eine Kapazität von drei Patronen. Das ist furchtbar. Und das Ganze gilt auch für den Mosketon hier. Und zwar auch diese kurze Version von Berthier hat auch eine Kapazität von drei Schuss. Und so ein kurzes Gewehr, was dann relativ gut ist für die Grabenkämpfe mit nur drei Schuss, das ist furchtbar. Sehr viel besser fand ich dagegen das alte Lebell-Gewehr. Das alte Lebell-Gewehr, das sieht ja so aus. Das hat eine recht hohe Kapazität und zwar von acht Patronen. Und zwar sieht das so aus, dass es noch ein relativ alter Stil ist von dem Magazin. Und zwar hat das kein klassisches Magazin in Mittelschaft, sondern es hat einen Röhrenmagazin unter dem Lauf. Das bedeutet, die Patronen liegen hier, liegen untereinander unter dem Lauf, so ein bisschen wie bei einer Schrotflinte. Also ein bisschen wie bei einer Vorderschaft-Repetierflinte. Das heißt, man hat hier mit dem Lebell eine relativ gute Kapazität von acht Patronen. Man kann es jederzeit nachladen, das heißt, man kann jederzeit einzelne Patronen nachladen. Das große Problem ist allerdings, wenn man das Ding einmal ganz leer geschossen hat, dann dauert das unglaublich lange, bis die Laderöhre unter dem Lauf wieder voll ist. Dann haben wir... Achso, genau, es gibt zwei Musketons, die darf man nicht vergessen. Und zwar ist das einmal der Musketon MLI 1892 Bertier und einmal ist das der Musketon MLI 1892 M16 Bertier. Und der M16 Bertier-Karabiner, der hat ein erweitertes Magazin und der benutzt Laderahmen mit fünf Patronen und ist dadurch sehr viel besser. Also am besten finde ich bei den Franzosen eigentlich Lebell für Reichweite und dann halt Musketon M16 für den Graben. Dann haben wir unten noch eine Version vom Bertier, allerdings eine Version vom Langbertier mit drei Patronen, mit dem APX-Corp. Das APX ist eines der besseren Scharfschützenvisiere im Spiel. Die anderen Visiere sind durchweg furchtbar. Dann haben wir hier eine Klasse, also haben wir hier zwei Klassen mit Rubys. Einmal Ruby und Fernrohr und einmal hier Ruby mit Messer. Die Ruby fand ich relativ cool als Pistole und zwar habe ich einmal auf Fort Dumont gespielt. Das war eines der ersten, die ich gespielt habe und habe da in den Gängen von diesem Fort wirklich mit der Ruby die ganze Zeit rumgerubiet. Und habe deswegen also eine ganze Weile lang, war die Ruby-Pistole meine allerbeste Waffe. Allerdings muss man dazu sagen, die hat auch nicht die beste Kapazität und die hat auch nicht den größten Schaden, weil, ja, steht da dran, das Kaliber ist nicht das Beste. Allerdings für so ganz nahe Entfernung ist sie super, man muss sie allerdings doppeltriggern. Er hat hier wieder, genau, er hat noch die Wahl auf den M16, dann hat er hier wieder Berthier, M16 und hier auch Ruby-Pistole. Allerdings würde ich dann hier den Berthier nehmen. Die Chancers Alpyrn sind allerdings nicht meine Lieblingsfraktion. Gehen wir weiter zu den, ich habe leider gar keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Hier hat der Kommandant die erwähnte Ruby-Pistole, welche ich, wie gesagt, relativ gut finde. Er kann sich allerdings auch den Revolver holen und kriegt dafür eine Handgranate, das finde ich ist es nicht wert. Er hat leider den Dreischuss, das Dreischussmusketon. Hier haben wir was Besonderes und zwar haben wir hier einmal das RSC 1917, das heißt die lange Version. Was ich am Spiel irgendwie ein bisschen komisch finde. Es gibt im Spiel auch das 1918, allerdings das 1918 ist in keiner Klasse, die man hier hat, vertreten. Es gibt es irgendwie nur im Deathmatch oder so. Das RSC ist ein Selbstladegewehr, das heißt einmal drücken, einmal feuern, ohne das zwischendurch fertig laden zu müssen. Fand ich ganz gut, allerdings der Rückstoß macht das so, dass... Also dieses Selbstladesystem, das bringt einem nur was, wenn man wirklich es gerade mit einem Ansturm zu tun hat. Ansonsten ist ein Lebell auch gut. Was ich an den, keine Ahnung wie man die ausspricht, besser finde und zwar haben die in ihrer Scharfschützenklasse das Lebell und zwar die Alpurs haben in ihrer Scharfschützenklasse das Berthier mit diesem Dreischussladerahmen und da ist der Scharfschütze hier von den Poilus oder wie man die ausspricht schon besser. Besonders wie gesagt, das APX-Corp ist gut. Gut, dann haben wir hier das Shoshar. Das Shoshar ist auch so eine Geschichte, das Shoshar ist so ein bisschen wie das Matzen, nur ohne das störende Magazin in Haifischbauweise an der Seite. Das ist auch eine der Klassen, wo ich relativ viel Kills mit habe. Das liegt allerdings daran, dass ich einmal eine sehr, sehr gute Position gefunden habe. Und zwar sieht das mit den meisten Maschinengewehren so aus, also mit den meisten leichten Maschinengewehren sieht das im Spiel so aus. Wenn man einmal eine gute Position hat, kann man damit wirklich wegrasieren. Das Shoshar, übrigens hier im französischen Original mit dem Bananenmagazin, das wird später nochmal wichtig. Und zwar kann man das Shoshar im Notfall auch aus der Hüfte abfallen, was nicht mit allen Maschinengewehren geht. Die Klasse hier ist schon relativ gut. Hier haben wir eine Klasse, keine Ahnung, wer das nimmt, wenn man einen Shoshar haben kann. Oder das ist auch, also auch die Klasse ist relativ gut, weil die hat hier einen Lebell und eine Ruby-Pistole. Oder halt Shoshar und Ruby-Pistole. Und ich weiß keine Ahnung, wer hier das Berthier mit dem Dreischussladerahmen und eine Ruby-Pistole haben möchte, weil allein das hier ist schon sehr viel besser. Dann haben wir hier Granatenklassen. Ruby-Pistole und zwei Granaten ist auch relativ cool. Allerdings Lebell und zwei Granaten ist noch ein bisschen besser. Obwohl, wenn man in einer Position ist, wo man Granaten gut einsetzen kann, dann braucht man meistens kein langes Gewehr. Deswegen die Klasse mit der Ruby-Pistole und den zwei Granaten ist schon besser. So, dann kommen wir zu den Kanadiern. Die Kanadier sind so ein bisschen was Besonderes. Und zwar, die Kanadier können einen Gasangriff ordern. Und zwar fand ich das mit dem Gas ein bisschen merkwürdig. Und zwar, irgendwie nur Kanadier, Senegalesen und der Stoßdruck bei den Mittelmächten. Die können Gas holen. Alle anderen haben irgendwas anderes. Aber ich habe das Artillerie-Verstärkungssystem noch nicht komplett kapiert. Aber kommen wir zu den Waffen von den Kanadiern. Die haben erstmal Colt M1911. Colt M1911 denkt man sich eigentlich, wer halt eine super Grabenpistole ist. Allerdings irgendwie komischerweise nicht so. Denn die hat nicht so sehr viel mehr Schaden. Also die hat schon mehr Schaden als eine Ruby-Pistole. Allerdings kommt es relativ oft vor, dass ich jemanden damit aus mittlerer Entfernung in die Brust schieße. Und der droppt einfach nicht. Also der wird einfach nicht ausgeschaltet. Dann haben wir hier nochmal den Webley-Revolver. Der Webley-Revolver komischerweise, obwohl er eigentlich einen schwächeren Patron hat. Das hier ist 45 ACP. Ich meine metrisch irgendwie 11 und ein paar gequetschte mal 23. Und hier ist die Patrone 455 Webley. Das sind, meine ich, auch 11 Millimeter und ein paar gequetschte mal 22 Millimeter. Und komischerweise scheint der Webley-Revolver mehr Schaden zu verursachen. Der Webley-Revolver ist allerdings sehr viel langsamer, denn er ist Double Action. Allerdings hat er einen kleinen Vorteil. Und zwar lässt er sich relativ schnell nachladen. Es ist nicht ein Break-Open-Revolver. Das heißt, man knickt den Lauf ab. Dann werden automatisch alle Patronen ausgeworfen. Und dann hat man sogar noch einen schneller. Das heißt, der hier ist sehr, sehr schnell. Und außerdem ist die Granate cool. Dann haben wir hier das SMLI. Also das Short Magazine Lee Enfield Mark III Sternchen. Sternchen, verbesserte Version. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgewehre im Spiel. Das Visier ist cool. Es lässt sich super schnell durchrepetieren. Es hat eine super Reichweite. Allerdings ist es im Graben ein bisschen sperrig. Allerdings würde ich dann hier nicht den Commander 4 verschwenden. Ich würde dann eher diese Klasse nehmen. Denn ein Lee Enfield-Gewehr mit zwei Granaten ist schon cool. Dann haben wir hier was Besonderes. Und zwar ist das hier das Lee Enfield-Gewehr abgesägt. Also Thorn-Off. Das ist ein bisschen, also man muss ein bisschen üben. Weil man hat keinen Korn mehr. Man zielt irgendwie so lala über die Verschlussbrücke. Es ist, es ist komischerweise, wird es auch richtig schnell fertig geladen. Und zwar sieht das ja bei abgesägten Gewehren, die auf Pistolen, also auf Pistolen-Ergonomie runtergesägt wurden. Meistens ja so aus, dass man die nur relativ schwierig repetieren kann. Weil einem das Gegenlager der eigenen Schulter fehlt. Besonders bei einem Schließspanner, wie bei dem Lee Enfield-System, ist das ein bisschen problematisch. Allerdings wird das hier nicht so dargestellt. Der ist schon relativ cool für einen Graben. Besonders die Klasse mit zwei Egg-Grenades dabei. Dann haben wir wieder Lee Enfield, Lee Enfield, Lee Enfield. Dann haben wir hier was Cooles. Und zwar haben wir hier bei den Kanadiern das Ross-Rifle, also das Ross-Gewehr. Das ist ein sogenannter Geradezug-Verschluss. Das bedeutet, der Verschluss muss einfach nur nach hinten gezogen werden und wieder nach vorne gedrückt werden. Der muss nicht hochrepetiert werden. Und dadurch kann man das Ding richtig schnell abfeuern. Das hat auch ein richtig cooles Absehen, wie ich finde. Und zwar, die meisten Gewehre haben ja hier diese Blattkimme über dem Lauf. Das Ding hier hatten die Opta-Visier hinten auf der hinteren Verschlussbrücke. Und das Visier von der Ross-Rifle ist cool. Lässt sich richtig schnell durchrepetieren. Ist richtig genial. Das Ding, was haben wir hier noch? Ach, hier haben wir eine kleine Besonderheit. Und zwar haben wir hier einen Weble-Revolver mit einem Bayonett dran. Habe ich bis jetzt noch nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Ich bezweifle aber, dass das so ultra praktisch ist. Und dann haben wir hier wieder die Meme-Klasse. Das heißt, wir haben hier einfach nur Trench Club und Dreieckgranaten. Dann kommen wir zu den Tommys, das heißt zu den klassischen Engländern. Die haben hier wieder einen Weble-Revolver. Und die haben hier die Weble-Selbstladepäste, also die Weble-Automatik-Päste. Die fand ich relativ cool. Obwohl, die hat mir ein bisschen zu wenig Dampf. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und zwar hat der Revolver, hat ja die Patrone 4-5-5-Weble-Lay und er hier auch 4-5-5. Ich weiß nicht genau, ob es auch Weble-Lay ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber die Selbstlade-Pistole hat weniger Dampf als der Revolver. Ein bisschen merkwürdig. Dann haben die hier Enfield P-17s. Also Enfield Pattern, nee, P-14. Enfield Pattern 19-14, wie wäre. Die sind auch relativ cool. Die haben zwar nicht die Fähigkeit, so richtig schnell durchzurepetieren, wie die Enfield-Gewehre. Zusammen mit dem Zehn-Schuss-Magazin. Also die Enfield-Gewehre haben ein Zehn-Schuss-Magazin. Die haben nur ein Fünf-Schuss-Magazin. Werden ein bisschen langsamer durchrepetiert. Haben dafür aber auch wieder ein Deopter-Visier. Und dadurch, dass das Spiel Deopter-Visiere hier so ein bisschen bevorzugt. Also nicht bevorzugt, sondern die Art, wie das Spiel Deopter-Visiere darstellt. Gibt einem einen großen Vorteil, wenn man die Obter-Visiere hat, auch beim Ross-Rifle. Dann haben die Tommys praktischerweise hier, Moment mal, die Kanadier. Genau, die Kanadier haben keinen Scharfschützen leider. Die Tommys haben aber einen. Der hat dann das Aldiscope, was nicht so extrem furchtbar ist auf einem P-14. Dann haben die hier zwei Maschinengewehre. Und zwar einmal das Lewis. Das Lewis ist richtig cool, wenn es aufgestellt ist. Aus der Hüfte ist es relativ furchtbar. Man darf es aus der Hüfte schießen. Wenn man es aufgestellt hat, wird allerdings das Leiter-Visier vom Lewis-MG hochgeklappt. Und das sperrt einem so ein bisschen die Sicht weg. Es ist nicht so ganz so furchtbar wie das Haifisch-Magazin vom Matzen. Es ist allerdings ein bisschen nervig. Das Benier Merci darf man leider nicht aus der Hüfte feuern, weswegen es ein bisschen unbeweglicher ist. Ich finde es allerdings relativ cool. Und zwar hat es halt dieses Patronenbrett, das heißt diesen richtig großen Ladestreifen. Ich glaube Patronenbrett ist eigentlich die richtige deutsche Bezeichnung. Und dadurch sieht man sofort, wie viele Patronen man auch hat. Es sperrt nicht ganz so extrem das Sichtfeld, weil das Visier ein bisschen höher ist. Ich finde das Benier Merci relativ cool. Allerdings Nachteil, man kann es nicht aus der Hüfte feuern. Dann ist hier nichts weiter Besonderes. Dann kommen wir zu den Belgiern. Die Belgier sind ganz eigen ausgerüstet, denn die haben als erstes die relativ geniale FN Browning M1900 Pistole, welche ich sehr cool finde. Übrigens habe ich die Belgier in einem meiner früheren Videos mal gespielt und da hier die Geschichte dieser Pistole und auch der Gewehre erzählt. Die haben nämlich belgische Mauser-Version. Und zwar haben die nicht das Gewehr 98, sondern das Gewehr 89. Und zwar noch mit einem herausragenden Magazin. Das sind sehr präzise Gewehre für super weite Entfernung. Die haben hier einmal das MLE 16 und dann müssten die irgendwo noch den Karabiner haben. Oder... Ach, das hier ist der Karabiner. Das ist der Karabiner MLE 16 und das ist dann das lange Gewehr 89. Die sind beide relativ cool. Auch der Karabiner ist noch super präzise auf weite Entfernungen. Die sind wirklich top, die Gewehre. Und was vor allen Dingen cool ist, die haben dann auf dem Gewehr 89 auch nochmal eine Version mit dem deutschen Girl Scope drauf. Also der Scharfschutz von denen ist super. Dann haben die hier genau eine Klasse. Hat komischerweise nochmal hier das Dreischuss-Laderahm Berthier. Warum auch immer. Dann haben die auch das französische Chauchat. Und das Benier Mercier, also das Hotchkiss M1909. Eine ganz coole Klasse, wie ich finde, ist diese Kombination hier. Also ist diese Kombination hier. Und zwar der 89er Karabiner zusammen mit der FN Browning. Das ist bei den Belgiern fast meine Lieblingsklasse. So, dann kommen wir zu den US Duff Boys, also zu der US Armee. Die haben Colt M1911, habe ich ja schon drüber geredet. Die haben allerdings M17 Gewehre. Und zwar eine, also die M17 Gewehre sind sozusagen umgebaute P14 Gewehre. Die sind ein bisschen schwierig nachzuladen. Und zwar sah das so aus, dass die Amerikaner dann halt in das P14, halt beim Wechsel, also beim Umbau auf das M17, halt die Patronen geändert haben. Und zwar von britisch 303 auf amerikanisch 306. Und das hatte zur Folge, dass eine Patrone mehr ins Magazin passt. Das heißt, die haben eine Kapazität von sechs Schuss. Allerdings hatten die Amerikaner damals nur Ladestreifen mit fünf Schuss. Und deswegen werden diese, also wenn man ein M17 ganz leer geschossen hat, geht der Soldat her und drückt erstmal einen fünf Schuss Ladestreifen rein. Und dann nochmal eine einzelne Patrone. Und das kann einen schon mal richtig verwirren. Das heißt, wenn man in Not also gerade viele Feinde hat und dann mit dem Ladestreifen nachgeladen ist und dann versucht man zu schießen. Kann aber nicht, weil der Soldat noch eine Patrone nachdrückt. Das muss man im Hinterkopf behalten. Man kann das, wenn man im richtigen Moment klickt, nachdem der Soldat den Ladestreifen reingeladen hat, auch abbrechen. Also das sollte man wissen. Dann haben die Amerikaner natürlich noch sozusagen ihr ganz eigenes Gewehr und zwar das Springfield. Das finde ich auch relativ cool. Das ist super präzise. Allerdings ist es ein bisschen langsam nachgeladen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt das Ironside irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Und dann haben die Amerikaner was, da würde ich einen großen Bogen drum machen. Und zwar haben die auf ihrer Scharfschützenversion vom Springfield, haben die das Warner & Swayze Musket Side M1913. Und das ist furchtbar. Das kann man gar nicht gebrauchen. Ich komme eigentlich besser damit zurecht mit einem Springfield ohne irgendwas, als das Warner & Swayze Musket Side zu benutzen. Dann haben sie hier, genau, dann haben sie hier das Original Chouchard, das französische Chouchard. Merkt euch das mal kurz. Also die Dove Boys haben das französische Chouchard. Und was ganz Besonderes, und zwar haben die das BAR, also die Browning Automatic Rifle, also eigentlich die BAR. Und zwar nicht wie im Zweiten Weltkrieg als leichte Maschinengewehrversion mit zwei Beinen, sondern in der Version als Walking Rifle. Und zwar kann man das BAR nicht aufstellen. Man kann es allerdings aus der Hüfte feuern und man kann aus der Hüfte anzielen. Und das Ding, wenn man es richtig einsetzt, ist es richtig, richtig überpowert. Also man kann damit wirklich hergehen durch Kimme und Korn zielen. Übrigens hat man ein relativ cooles Visier hinten und dann halt vorne das Korn. Und damit wirklich fast alles mit dem ersten Schuss ausschalten. Man kann auch so ein bisschen Vollautomatik schießen, allerdings Vollautomatik ist unkontrollierbar mit dem Ding. Ich würde eher schnell einen Einzelschuss schießen und darin ist das richtig, richtig gut. Und dazu hat es halt noch ein 20-Schuss-Magazin. Dann haben wir hier noch so eine Klasse mit einer Colt M911 mit zwei Granaten. Soweit nichts Besonderes. So, dann kommen wir zu den US Marines. Die sind ein bisschen anders ausgerüstet. Allerdings auch nicht so großartig. Die haben ein paar mehr Springfields. Das Besondere bei denen ist eigentlich eher, dass sie hier beim Specialist zwei Vorderschaft-Repetierflinten haben. Und zwar die klassische Trenchgun. Einmal mit Bayonett und einmal ohne Bayonett und als Ersatz noch Colt M911. Zur Darstellung der Trenchgun im Spiel muss man allerdings sagen, die Reichweite wird stark untertrieben. Es ist jetzt nicht wirklich Call of Duty Niveau. Aber wenn du jemanden siehst und der ist weiter weg als 6 Meter, dann kriegst du nur einen Hitmarker. Das heißt, du schaltest dann den Gegner nicht beim ersten Schuss aus. Ist allerdings natürlich absoluter Grabenfeger. Also damit durch den Graben ist richtig witzig. Dann kommen wir zu einer Kuriosität. Und zwar haben du US Marines. Komischerweise das Original, also das amerikanische Chauchat. Es gibt das französische Chauchat. Das haben wir hier. Also für 8 mm Lebel mit dem runden Magazin. Und dann haben wir hier das Chauchat für die Amerikaner. Also das auf die amerikanische Patrone 3006 umgebaute Chauchat-Gewehr. Kleines Asterix an der Stelle. 3006 ist eigentlich eher eine Laborierung als eine Patrone. Aber machen wir weiter. Und zwar hat das unten ein gerades Magazin mit einer geringeren Kapazität. Und kleine Anekdote am Rande. Und zwar sieht das so aus, dass das Chauchat ja einen relativ schlechten Ruf hat. Der eigentlich nicht so stark rechtfertigt ist. Und zwar das französische Chauchat. Das hat relativ gut funktioniert. Der schlechte Ruf des Chauchat-Gewehrs kommt eigentlich eher daher, dass die Amerikaner hier das Chauchat für sich umgebaut haben. Und wenn man jede Waffe einfach umbaut, besonders wenn man automatische Waffen umbaut, von der Funktion mit Randpatronen auf die Funktion auf randlose Patronen, dann geht immer was schief. Und der schlechte Ruf des Chauchat kommt vor allen Dingen von dem Ding hier. Und zwar vom auf die amerikanische Patronen umgebaute Chauchat. Das hat nämlich richtig, richtig schlecht funktioniert. So, hier ist sonst nichts Besonderes. Zum Glück kriegt man noch einen Colt M1911 dabei, wenn man das Chauchat nimmt. So, dann kommen wir zu den Highlands, also zu den Schotten. Die haben als Besonderheit, die haben nämlich nicht nur SMLEs, also Short Lee Enfields, sondern die haben auch das alte MLE, also das Magazine Lee Enfield Mark I. Das hat den Unterschied, das Magazine Lee Enfield ist noch ein bisschen länger, hat deswegen ein bisschen mehr Reichweite. Es sieht ein bisschen anders aus. Und es hat allerdings einen großen Nachteil und zwar nicht das Magazin, das Magazin ist nämlich fast identisch, sondern die MLIs, die kann man noch nicht mit Ladestreifen nachladen. SMLE sieht ja so aus, in das Magazin passen 10 Patronen und diese 10 Patronen werden von oben mit 2 Ladestreifen A5 Schuss nachgeladen. Das sieht beim MLE anders aus, das hat noch keinen Ladestreifen, das hat noch keine Ladestreifen Führungsrinne oben in der Verschlussbrücke. Und deswegen sieht das so aus, dass die hier nicht mit Ladestreifen nachgeladen werden. Das heißt, die werden mit einzelnen Patronen nachgeladen. Das bedeutet, wenn man MLE mit seiner Kapazität, also mit seiner Magazinkapazität von 10 einmal leer geschossen hat, muss man erstmal eine ganze Weile nachladen, bis man wieder auf der richtigen Patronenanzahl drauf ist. Ich finde es relativ cool, dass es dabei ist, weil es sieht auch relativ witzig aus. Es hat an der Seite noch die Magazinsperre und es hat über den Verschluss drüber so eine Staubschutzklappe. Ich finde es relativ nostalgisch, allerdings es ist objektiv schlechter als das SMLE. Dann haben wir hier verschiedene Klassen, die haben ein SMLE. Genau, es ist ein bisschen merkwürdig und zwar die Tommys, die haben ihr Aldiscope auf einem P14 drauf und die Highlander, nur die haben ihr Aldiscope auf dem SMLE drauf. Und das SMLE ist in meinen Augen für Scharfschützen ein bisschen besser geeignet, weil wenn man Scharfschütze spielt, dann spielt hier das Visier keine Rolle mehr. Und der einzige Vorteil von einem P14 ist es ja, ein besseres Visier zu haben, also bessere Ironsides zu haben. Dann haben wir hier noch so eine kleine Meme-Klasse und zwar eine Weble-Selbstladepistole mit einer Grabenkeule, die ich relativ witzig finde. Ansonsten ist hier nichts. So, und jetzt werden sich die meisten fragen, also die meisten sagen, sag mal deine Lieblingsklasse, Digga. Und meine Lieblingsklasse ist bei den N6 der Digga. Aber gehen wir mal hier Aldiscope nach dem anderen durch. Und zwar haben wir erstmal eine Klasse mit dem Weble-Revolver und danach haben wir den Weble-Fosbury-Revolver. Das ist ein Automatik-Revolver, das ist ein Rückstoßlader, wo halt der komplette obere Rahmen mit Trommel, Stoßboden und Lauf wird zurückgestoßen gegen das Griffstück. Und dadurch ist das so ein Automatik-Revolver, der funktioniert auch relativ witzig. Und im Spiel ist das wirklich eine der besten Pistolen im Spiel. Ist nicht so ganz so gut wie Lange Luger oder Mauser C690, allerdings für die Entente ist das die absolut beste Pistole. Das Ding macht nämlich richtig viel Schaden. Es lässt sich richtig schnell durchtriggern, das heißt also richtig hohe theoretische Feuergeschwindigkeit, dadurch, dass es kein Double-Action ist, wie der originale Weble-Revolver. Und das Ganze wird auch richtig schnell nachgeladen, dadurch, dass der Lauf abgeknickt wird, die Patronen ausgeworfen werden und mit dem Schnellladern nachgeladen wird. Die ist wirklich richtig gut, die Pistole. Dann haben wir hier leider keinen Scharfschuss. Wir haben hier so eine komische Klasse mit einem P14, mit einem normalen Weble-Revolver und Entrenching-Tool, das heißt mit so einer Spitzhacke. Die Spitzhacke, die ist richtig witzig, wie ich finde. So, aber dann gehen wir mal zu meiner Lieblingsklasse und zwar ist das die hier. Und zwar haben wir hier eine Klasse, die hat nämlich ein SMLI und den Weble-Force-Berry. Das sieht man nämlich nicht sofort. Und zwar dadurch haben wir ein richtig, richtig gutes Gewehr, nicht mit den besten Ironsides, aber schon richtig klasse. Und dann haben wir die richtig schnelle Pistole, das heißt mit dieser Klasse, also mit dem Digger im zweiten Set, sind wir richtig gut aufgestellt. Das heißt, wir haben was für Entfernung, was für einen Nahkampf, richtig cool. Dann haben wir beim Sepper hier noch so eine Meme-Klasse, hier wieder mit einem abgesägten SMLI, wo man so komisch über die Verschlussbrücke zielt. Dann haben wir ein Intrancic-Tool und noch zwei Handgranaten. Und dann haben wir beim Fire-Support, genau, der Fire-Support ist auch relativ gut, weil wir hier dann einen Lewis-MG haben mit einem Weble-Force-Berry. Und ich frage mich, wer schaltet hier Kit-3 frei, weil hier ist der normale Weble-Revolver, der objektiv viel schlechter ist als der Weble-Force-Berry-Revolver. So, dann kommen wir zum letzten und zwar zu den Senegalesen. Die Senegalesen sind auch ein bisschen komisch ausgerüstet. Und zwar haben die relativ, also fast alle haben diese Machete dabei, die auch relativ cool ist. Die haben allerdings leider nicht so die besten Waffen. Das hier ist dieser französische Revolver, wie gesagt, nicht so ganz so schlecht wie der Reichsrevolver, weil sich die Trommel auskippen lässt. Allerdings kann man nicht mit Schnelllader nachladen und es ist ein Double-Action-Revolver, das heißt, es ist relativ langsam. Dann haben die hier den Senegalesen-Bett hier. Und der Senegalesen-Bett hier, der ist in der Länge so ein bisschen zwischen dem großen Bett hier und dem Musketon-Bett hier. Allerdings werden die auch mit Dreischuss-Laderahmen nachgeladen, was, wie gesagt, das ist schon beim großen Bett hier ein großes Problem. Dann haben die hier leider kein M16. So, hier ist es auch. Die Partar-Ladung ist eine sehr, sehr starke Granate, die man allerdings nicht so weit werfen kann. Ich hatte damit jetzt keine so großen Erfolge. Was haben wir sonst noch? Einer davon, also wenn man die unbedingt spielen muss, würde ich Specialisé oder Specialist oder wie man das ausspricht spielen. Denn der Specialist hat einmal ein Lebel-Gewehr, Machete und Petar-Ladung. Und auf der allerletzten Klasse hat er dann doch noch das M16 Musketon vom Bettiere mit einer Robi-Pistole und auf dem Musketon dann noch das Rosalie-Bajonett drauf. Dann haben wir hier die letzte Klasse. Das hier ist leider kein M16. Der einzige M16, der hier rumfliegt, ist der. Dann haben wir hier noch eine kleine Meme-Klasse mit einer Ruby, zwei Granaten und einem Säbel. Also beziehungsweise Machete. So, dann wäre es das alles. Dann würde ich nochmal, meine Lieblingsklasse ist auf jeden Fall der Ensoc, kleiner Spaß, natürlich der Ensec Digger Kit 2. So, dann würde ich allerdings auch sagen, dann war das Video mit 25 Minuten wahrscheinlich dann schon auch mit einer guten Länge ausgestattet. Ja, dann würde ich sagen, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier andere Kanäle abonnieren. Dann denkt an die Algorithmus Tierchens Fütterung und an den Rest vom Quatsch. Also Instagram, Twitter und so weiter. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.